klingt sehr gut bei Backlash in Puerto Rico Talia Talia dann natürlich Cap und Schisch weil ich schon gerne dass ich den Schuss gesehen hätte aber ich habe jetzt geskippt weil ich super will naja bei Backlash habe ich eine Idee ja war eine gute Idee dann sehen wir wenigstens noch mal ein bisschen vom Entrance so können wir nur den Entschutz sehen haben den Fall angenommen wir sind bereit da holen wir mal hier Charlotte und Talia fertig und zack jetzt wird er wieder hier umhauen ouch ich habe mir ja was anderes auf aber wenn sie nicht will dann wird sie nicht aber wenn sie nicht will oh die Kanadier ja bitte dich bitte dich ouch immer wieder hier die Tags bei Charlotte und Talia und fast press und fast press jetzt aber unsere Gelegenheit hier mal ein bisschen auszuteilen dann das kann weiter her nein jetzt kann Charlotte ausweichen aber nein so nicht so nicht so nicht so nicht das klatsch six legs nein oh glaub nicht dass Charlotte jetzt irgendwie zurückkommt das ist wirklich ein Bulldog oh Gott oh Gott nein da kommen wir raus hoho und weg mit Natalia ja das ist unser schon Stratisfaction und das cover hinterher 1 2 nein kommt raus noch ein Tag ja sehr schön direkt hier in den aber jetzt kommt schade noch ein paar ein paar Technikmöglichkeiten verpasst schön verbunden in Zagiri und weiter hier Egan Natalia John Singleleg Boston Grab und jetzt kommen wir kommen wir rein und jetzt kann jetzt kann Charlotte hier die Zeit nehmen um sich erstmal auszuruhen hier ein guck der guck guck Back here by Stratus. Ouch. Oh, das ist ja schlecht. Gut. Da fliegen wir erstmal. Dank Natalia. Ich habe ihn hier mit uns. Und der Tag zu Charlotte. Was gut für uns ist. Charlotte so wieder im Ring ist, aber... Die Hexion ist jetzt nicht angenehm für uns. Ja, sehr gut. O'Connor Roll. Eins. Zwei. Nein. Das wäre zu schön gewesen. Zack. Oh. Oh. Charlotte dreht so mit der Ballon. Ja. Acht. Nein. Boah. Fast der Spear. Fast der Spear. Nein, 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 nein. Wo nicht. Natalia kommt jetzt nochmal rein. Sandra geht rein. Sandra geht rein. Nein. Sieht nicht gut aus. Fürs. Gerdes. Jetzt machen wir erstmal den BFG. Das ging nicht lang wie das Cover. Und jetzt die perfekte Gelegenheit hier für den interior Cover. Nein. Nein. Die Elbos Trucks. Die Elbos Trucks. Die Elbos Trucks. Die Elbos Trucks. Oh, weißt du was? BFT. Das war's. Eins. Zwei. Und drei. So. Und jetzt sichern wir uns diesen Sieg. höherer stratus live morgen haben wir noch und gg dolin pflicht story optionale story pflicht story und die optionale story werden mit gg dolin ja dann der psychospiel aber ich habe eine very important question for you i have a very important answer gg You're not still, you know, levitating people and devouring their souls, right? Nah. Well, I mean, I'm trying to cut back, so I think you're good. Cool, cool. Just can't be too careful nowadays. A second question, then. Shoot. You know that video game show Miz has Mr. Undisputed Champ and me hosting? Oh, yeah. That homage to Xavier's show? Down Up, Down Up is a Mike Mizanin original production that is in no way related to Xavier Woods' inferior program. Did Miz have you memorize that? One hundred percent. Anyway, I can see you're a fan. My doofus co-host apparently has big-time Universal Champ stuff to do this week, and I'm looking for a fill-in. And you thought with my cloud and star quality, I'd be the perfect person to draft? You are so sweet. Um, well... Unfortunately, Alfie has me so busy, I just can't take on any more commitments. Really, Gigi. Normally, I would love to do your little show. That's...so generous of you, but I was actually going to ask you about one of your kids from TBD, Psycho Sally. What about her? She's making waves down in NXT, and I'd love to get this spotlight on an up-and-comer. You think she'd be any good? Psycho Sally would be the perfect choice. She's smart, she's edgy. You guys would have great chemistry. And honestly, I'd probably owe her after what I've put her through. Then get your pal Alfie to get her to the set. And no friends and family deals either. This is Miz we're talking about. Make sure your girl gets paid. I gotcha. Thanks, Gigi. Okay, I'll have Alfie since Sally right away. This is gonna be... Okay, dann halt jetzt mit Sally wieder passeniger Moveset. Down up, down up. Sally, you made it. I'm stoked. Love what you're doing. You're playing in NXT. Thanks. I couldn't believe it when you asked. Opportunities around here are the weirdest, most random grab bag. You'll get used to it. So, for on-air, do you prefer Psycho or Sally? I guess I'll go with Psycho? Keep it edgy, right? What are we playing anyway? Alfie didn't mention. Right on. We're gonna be playing WWE 2K24. Everything is meta, you know? Have you played? Yeah, hab ich. Of course. Even though I didn't make the roster this year, there's always next year, right? Honestly, a lot of talent in NXT doesn't. So, don't take it personally. Uh, Disc Space or something. I don't know. Bullshit. But today, you're the guest. So, you get the choice of who you'd like to play as in a classic match. So, Andre the Giant, Macho Man, or China? Aw, Macho Man. Snap it to the Macho Man. This is gonna be a blast. Awesome. I mean, it won't help when I'm beating you like a drum, but glad you're excited to be objectively humiliated on stream. Hey, that's trash talk. I'm great at trash talk. Save it for the ring, kid. I'm gonna run and check in with our horrible producer. Then we'll get rolling. Seriously, relax. This is gonna be a cakewalk. Easy money. Thanks, Gigi. I thought you'd be... meaner. Just suckering you in before the knives come out. Oh, it's Macho Man. Oh, Alfie. Sally! Alfie Juniper! Super Agent to the Stars! Alfie, it's so cool to meet you in person after all those messages and calls. Though, you're not what I expected. Rarely am. Though, I feel like I already know you, kid. The way Cap talks about you, oh boy, does she have feelings! What did she say? What's important is that she said you were ready to be the star of this show! So, tell me, what kind of on-camera wardrobe did you bring? Wardrobe? Wardrobe? I mean, I just wore this. That. Well, um, it's definitely... Uh, look, we'll workshop it after. The important thing is your personality! I, uh, you know, I'm kind of what you see is what you get. Okay, major workshopping. We'll make it work, though. Here's the really important thing for today's taping. Kid. Friendly. Kid. Friendly? That's gosh darn right! This is a game show! Not a game show, but a show about games. You know who plays games, right? Pretty much everyone? I mean, the video game industry makes more money than movies these days. Really? That can't be true. No matter. You know who loves games, though. Kids. Children. Youths. Look at this set. This is obviously a show for the Under 12 demo, and you gotta play to your audience. I don't know. GG seems pretty edgy for a show for kids. Edgy shmadgy. You go out there and play it squeaky clean. This could lead to big things. Animation. Variety. You could be the next purple dinosaur! Yeah! Just keep it G-rated and watch the language. Yeah, man. Barney! I guess... Gosh darn it, I'm in. Attagirl! Break a leg! Time. ... ... ... ... ... Das Videospiel spielen! Machen wir! Ich möchte jetzt auf so'n extra kleineren Monitor noch das Spiel, also das Match dann drauf projiziert haben. Ich bin GG Dolan, mit der verrückten Frau in NXT, Psycho Sally. Willkommen zu Downup, 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 Errors! Perdezten von den Lins! Wir versuchen nicht wirklich zu sparen. Es ist wichtig für die Kinder zu wissen, dass die Kredite, wo es gescheitert ist, ist die richtige Sache zu tun. Wow, du bist ein Stachmitt selbst sehr wunderschön. Und er ist ein Paragon, einer quieten Introspection. Mit hartem Arbeit und Determination, du kannst alles erreichen. Oh, ich werde ein Mermaid. Ich meine, vielleicht nicht alles, aber du bist so negativ. Warum? Warum? Egal. Wir haben jetzt wenigstens hier... Weil ich glaube nicht, dass Sally wirklich das macht. Ich kann sagen. Naja, egal. Ende war das Match. Zack. War ein schönes Erlebnis. Oh, mir gefällt der Filter da oben. So sieht es wenigstens aus, als würden wir eine Folge von Down-Up-Down-Up sehen. Aber Stax hatte keine Chance gegen Macho Man Randy Savage. Zell! Wie fühlst du nach dem großen Debut? Zell! Zellig, nicht gut. 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 Zellig, zu trinken sie alles. Zellig, nicht gut. Ok, hier habe ich gehört, Gegeteil. von Gigi. Und ich denke, das war alles ein bisschen miskommunikation. Ich habe meine Gefängnis, und konnte Gigi zu geben dir eine andere Chance. Okay, danke, Alfie. Und jetzt, das ist alles sordid, ich will nur mehr so relaxieren. Das ist einfach nicht so gut, dass wir die Kind-Friendly-Tone haben. Die Kind-Friendly-Tone haben wir nicht! Das war das Geld. Die Miskommunikation war das ich, dass du bereit bist, zu gehen bei dir selbst. Diesmal, ich werde aufsettet werden, zu helfen, zu helfen. ... 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 Ihr catchphrase, Psycho-Analysis! Not sure that particular catchphrase is my vibe, Elfie. Really? It would be great for building your brand. No matter, just keep it kid-friendly, on the show again, and do your thing. Oh, and Gigi wants to know who you want to play as? Sure, I guess, Elfie. Is there anyone, Gigi has in mind? Some really great options according to my internet search. Hulk Hogan, The Heart Foundation, Stone Cold Stephen Austin. They all sound nice. Can you help me? This is... Steve, Elfie, it's Steve Austin. Ah, okay. Well, take your pick. Nehme die Heart Foundation. The best there is, the best there was, the best there ever will be. Okay. But I need you to tell me who that is. Tell her I'll play as the Heart Foundation. Brett Hart and Jim Neidhart. Irgendwie, was machst du eigentlich hier? And then, do I do? Okay. I do.